Dass bei Sven Martinek immer was los ist, versteht sich von selbst. Bei sieben Kindern von sechs verschiedenen Frauen ist ordentlich was geboten. Die bekannte Sky-Moderatorin Esther Settler-Jack ist mit 34 Jahren seine älteste Tochter. Die hübsche Berlinerin ist im Mai 2019 selbst Mutter geworden und macht Sven Martinek somit bereits zum stolzen Opa. Auch der jüngste Sohn des gebürtigen Magdeburgers, der aus der Ehe mit Schauspielerin Xenia Seeberger hervorgegangen ist, ist kein Unbekannter. So versucht der heute 15-jährige Philipp Elias Martinek 2018 bei der Gesang-Show The Voice Kids groß durchzustarten. Nun teilt der ehemalige der Clown-Star jedoch ein Foto mit echtem Seltenheitswert. Auf dem Foto zeigt er sich mit seinen Zwillingstöchtern Clara und Marie, die aus der Beziehung mit Schauspielkollegin Christina Hoppe stammen. Mit einem Kindheitsfoto und einem aktuellen Schnappschuss gratuliert er den beiden liebevoll zum 30. Geburtstag. Breitgrinsend lächelt das Trio auf dem aktuellen Foto in die Kamera. Das Bild aus Kindheitstagen erscheint im direkten Vergleich noch um einiges lustiger. Schließlich sucht man dort vergeblich ein Lächeln in den Gesichtern von Clara und Marie. Die Zwillingstöchter halten sich eigentlich lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Aber über diese süßen Fotos werden sicherlich auch sie sich gefreut haben.